Hi, mein Name ist Jona und ich spiele ungefähr seitdem ich drei oder vier Jahre alt war Videospiele. Mein erstes Videospiel war Sonic's Airtuck auf dem Seger meiner Tante. Als ich dann sechs Jahre alt war, habe ich meine erste Konsole bekommen, die Nintendo GameCube, auf dem ich dann so Spiele wie Zelda The Wind Waker oder Pokémon XD gespielt habe. Mit der Zeit kamen dann auch viele Konsolen dazu, wie die Playstation 2, Xbox One oder auch ganz aktuell die Nintendo Switch. Inzwischen bin ich 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum GameProgrammer. Zu meiner Lieblingsvideospielreihe gehört die Kingdom Hearts Reihe, damit der schnelle Gameplay und die komplexe Story sehr zusagen. Generell bin ich aber eher so ein Allspieler und da lautet mein Motto, sieht ein Spiel interessant aus, gucke ich es mir mal ganz genau an. Hey, mein Name ist Jona und ich bin Teil von Team Wop. 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 Ich bin Teil von Team Wop.